Notizen. Wo sind denn hier die Aufgaben nochmal? Gibt es die überhaupt? Jetzt warten wir hier mal. Bei dir hat es gerade so heftig geleckt. Ja, irgendwie sind wieder ein paar verworfene Frames da. Ich weiß auch nicht warum. Hier war eigentlich CPU ganz gut. Jetzt schauen wir mal, ob hier der Typ nochmal reinkommt. Einfach mal just for fun. Ob der hier nochmal zu diesem Generator sich bewegt. Aber wir hätten ja beide angeschlossen. Ah ok, er kommt hier nochmal rein. A, Auftrag. Top. Moment. Notizendokument. Ach, das ist mein Auftrag. Ne, da gab es doch wirklich so eine Beschreibung mit, ähm... Du musst... Ich dachte da gab es wirklich eine Beschreibung mit. Du musst die zwei Generatoren anschalten. Irgendwie so. Da drüber? Pfff. Okay, Ziel startet den Generator im Keller neu. Oh Gott. Da drüber das Kölbe. Was? Digga Bode? Oh shit, ey. Ich muss es da oben lesen, ey. So. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. So. Der Typ ist grad raus. Alter, wie schnell der ist, ey. Mal hier wieder raus. Das ist bloß die Frage... Kommt der hier? Der ist hier rechts rein, ha? So. So. Das heißt... Ich kann mich hier, glaub ich, wieder frei bewegen, ha? So. Immer ein bisschen die Türe im Blick behalten. So, bitte, helft mir jetzt. Kann ich jetzt diesen Generator hier in der Mitte aktivieren oder nicht? Kann ich das machen oder nicht? Ich hab zwei Generatoren eingeschaltet. Oder muss ich noch in den dritten Raum? Kein Plan. Nice. Moment, Moment. Muss ich in den dritten? Es hieß, glaub ich, echt am Anfang, du musst zwei Generatoren anschalten. Die hab ich aktiviert. Aber ich war ja schon mal in der Mitte. Und da hat's geheißen, ja, ähm, du musst irgendwie die Generatoren alle anschalten. Und ich muss wahrscheinlich auch noch in den dritten. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ja, mit dem Probieren, das hat ja nicht funktioniert beim ersten Mal. Ich will die Scheiße jetzt nicht nochmal machen. Ach, ja. Ich will die dritte. Ich will die dritte. Das ist, glaub ich, für euch echt Schluss. Also, eins zu 0, vier, vier, M4, ne, wie, wie spricht man dich denn aus? also ich wenn ich wirklich in den dritten gang rein muss das wird extrem schwierig für mich das sage ich euch jetzt schon kann ich irgendwie schwierigkeitsgrad noch ändern könnte ich sogar noch ok passt m4 ok weil der geht er jedes mal in diesen raum ob das ob der mal in den ersten generatoren raum reingeht oder in den zweiten oder in die hauptstelle jetzt hier drin der geht er jedes mal in diesen gang zurück ich würde sagen ich muss ja eigentlich an den hauptgenerator vorbei ich würde es glaube ich noch mal probieren und wenn es nicht klappt dann renne ich das nächste mal beim nächsten versuch einfach straight den gang mal runter egal ob ich sterbe oder nicht weil ich jetzt sowieso sterben und um zu gucken ob hier noch irgendwie ein generator ist oder so das wäre jetzt mal mein plan soll er hier rauf ok weil hier oben ist es auch noch rot hier ist es noch rot also kann man es wahrscheinlich noch nicht aktivieren so der geht wieder weg ok der geht in den anderen raum auch scheiße hey leute ich kack noch ab hier jetzt würde ich noch mal reingucken hat der jetzt ein schrank aufgemacht und rein geguckt kommt musik verstanden jetzt wart ihr mal ich echt ich warte lieber wenn der wenn ich jetzt wieder die tür auf macht steht einfach vor mir ich will gucken ob der hier in diesem raum jetzt reinkommen weil ich ja hier was gemacht habe sage ich mal wie länger ich warte desto grösser oder er schreit ja gerade jetzt hat er so hat er gemacht das habe ich verstanden und auf mich zu aber ich erkenne den hier jetzt nicht oder naja hier sehe ich überhaupt nichts alter komm halt bitte noch mal in diesen raum hier rein schau dir den generator an dann weiß ich dass du da warst dann warte ich noch zehn sekunden dann kann ich wieder los aber er kommt nicht oder der kommt nicht ne der kommt nicht oder dann verstehe ich nicht was der mutant im körper will dunkel stinkt da ist zu hause keine ahnung was der da immer will vielleicht will der auch den aufzug einfach bloß betätigen und checkt das nicht mit die generatoren also schauen wir mal aber ich muss halt echt komplett durchschleichen so wo zur hölle ist der ist er so dass wo ist denn der ist der jetzt im ich halte jetzt wieder zurück ok also ich gehe wieder auf meine alte position das ist ja zu viel gesoffen hat getrunken hat nice wodka blieb blieb also der muss hier rauskommen also ich warte jetzt so lange bis der sich hier blicken lässt zum generator geht wenn der wieder beim generator war dann kann ich durch will der mich komplett verarschen jetzt ist das hier okay go for it so hier drüber batterie noch laden really das macht glaube ich überhaupt keinen sinn oder ich glaube das war nicht klug jetzt jetzt verstecke ich mich hier wieder fünf stunden oder so ne macht Sinn ne ich weiß ja gar nicht ob der hier hinten hinkommt oder wo noch der letzte generator ist ok wenn er mich verfolgt ja aber ich glaube wenn er mich ja verfolgt wird er mich hier unter diesem bett doch finden oder so dumm kann der doch nicht sein er sollte kommen er müsste ja hier wieder hinten hinten durch ich glaube ich verbrauche bloß ach Tür zu ja dann weiß ich dann weiß ich ja nicht ob er vorbeigelaufen ist oder ich würde sagen weil ich jetzt so weit gekommen bin würde ich hier einfach mal speichern kann ich das so tricksen wenn ich jetzt sicher auf speichern gehe dass ich hier wieder rauskomme doch was war mit den fettige erwartig im security am suchen gucken die beiden spinnte ja stimmt der war bloß bei der ähm stimmt der hat bloß in einen reingeguckt hey m4 danke für dein follow das habe ja mitbekommen irgendwie spinnt das gerade Moment Moment das müssen wir mal kurz einmal nachholen auch wenn ich jetzt da bloß noch so einen Test machen kann äh nee hier bin ich falsch Moment 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 irgendwie ist das heute komisch das müssen wir jetzt gleich mal nachholen mit einem alert so machen wir hier mal so müssen wir mal nachholen Moment, äh, ach das ist ein anderer geworden, oder? Moment, Save Settings, Dashboard, machen wir hier mal den. Jawoll! So, jetzt hat's, das war jetzt irgendwie komisch. So, ach so, weil sich dabei ein bisschen was geändert hat, oder? Da muss ich wahrscheinlich beim Chat auch ein bisschen gucken. Chat, den muss ich wahrscheinlich auch aktualisieren. Steuerung C und den Chat. So, wir haben mal Steuerung V. Ja, das hat sich auch geändert. Deswegen ist das auch ein bisschen komisch heute. So, und die Eventbox. So, die machen wir auch einmal noch. Aber ich glaub, Event, das hat ja alles funktioniert heute. So, aber das hat sich auch geändert, komischerweise. So, komisch. Ach so, M4, du könntest mir bloß einmal kurz sagen, wenn ich jetzt auf, also, dass ich so immer zwischenspeichere, oder so. Jetzt ist sowieso, äh, ich seh grad, äh, jetzt ist dann eh 21 Uhr. Ähm, da würd ich sowieso wieder für heute Schluss machen. Geht's morgen weiter. Aber wenn ich jetzt, ich könnte das so eigentlich, ich geh jetzt ja auf Speichern und beenden. Ach, das kann ich ja eh machen. Will ich's so wirklich beenden? Ja. Und bei fortfahren, schau' ich jetzt bloß noch mal kurz für mich hier mal noch ein, rein. Ähm, ob ich da wieder am Amt sch- Oh, scheiße. Okay. 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 Dann freut euch schon mal, wenn ich morgen wieder zock, dass ich die ganze, bieb, nochmal machen muss. Tja. 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 Ne, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.